so ich gehe mal noch mal vorsichtig da dran immer noch sehr laut es ist es ist ein so mal neue ausmischen hier jetzt so dann mal einen wunderschönen guten abend zusammen und herzlich willkommen hier bei locus live auf twitch.tv heute abend bin ich hier nicht alleine ja bin ich ja sonst auch nicht weil cassie am start ist aber heute haben wir ein gast hier am stitzele hallöchen hier ist der meck genau den meck kennt ihr vielleicht noch aus unseren sessions mit brofors ja aber jetzt geht es hier nicht mehr um brofors das haben wir ja leider durch aber jetzt gibt es bad spencer in terence ohne zu absenben backpfeifen und bohnen das beste rezept wo gibt es schwierigkeit mittel mittel oder einfach und wir haben es weiter noch nicht gespielt von daher da braucht man sich nicht schämen wenn man es einfach macht und ich würde sagen gerade nach der tortur mit brofors haben uns auch mal ein bisschen was entspannendes verdient ja ich glaube auch was geht sogar eine jukebox ja da die die bla 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 123 die schöne alte musik lizenziert haben wollten sowohl dass man davon ausgiebig gebrauch machen kann ja dann erst mal pröster schön hier ja sowohl so grüße erst mal so viel und an den fang welchen willst du du bist ein bisschen was sollen ja sicherlich für der dicke oder ist sehr lange also schneller angriff ist x wuchtiger angriff ist abwehren und y ist aufheben ok und noch mal schnell wuchtig abwehren und aufheben schnell wuchtig abwehren und aufheben alles klar ist es dann fertig ich habe hunger nah bin einmal online fabi vodafone hat natürlich noch nicht geantwortet wer bist du denn hey das ist unser abend ist nur für uns nur für mich sie sind wegen uns da schnappt euch die beinahe ok der boss für sie leben da wir fangen ganz offensichtlich ist kümmern nach der klassischen welt an ich habe mich auf den zb berühmte letzte worte siehst du nicht ergibt sich richtig mühe werden auch wenigstens mal ein paar schläge okay ich habe nur geblockt na ich kann das sind noch alle knochen beinahe vielleicht auch ja noch mal so ein fund auf den kopf die tutorial mission georg wir haben keine zeit meine fahne du hast dann essen dann darf der das unser ist jetzt jetzt ist unsere machen wir uns fertig Jungs ja Schiff sicher schiff äh 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 oh nee nee geile los dass wir auch noch was dran bin ich hungrig ja genau dein abend essen nur hab ich dich so du kommst einen schönen teller boden von mir sobald wir uns drunter sind dann los noch stungel jetzt als mitten in der nacht bist du nicht nein ich bin hungrig schönes western setting ich finde das ja mega hoffentlich bekommen wir dann hinterher mit den archiven kein problem wenn wir die hochladen ja das wäre natürlich scheiße ja wird schon gehen aber es kann das kann genauso gut sein dass das wir gerade deswegen dass sie die label zwar überhaupt noch gar nicht darauf vorbereitet sind dass sowas auf einmal kommen bitte lasst uns in ruhe wir haben doch nichts wir sind auf dem weg zu unserem armen kongen vater ja mann wenn man war und die ferne meine schwester sehr hübsch miradrugo was so deine frau heute ist dein glückste tag nein ich werde diesen stinkern niemals ich denke das sieht so aus haut jetzt ab ich habe kohldampf miradrugo wird sich aufpassen warum passiert das immer nur mir darf ich jetzt hauen ihr zwei hübschen käfer geht jetzt wir kümmern uns um die zwei herren den wagen könnte später abholen ich habe den einen gerade mit dem anderen ich habe den einen ich habe mich aber Oh, ein Bier! Oh! Ah! Ich habe hier! Ah! 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 verdammt die rücke ist eingestürzt warum passiert das immer nur uns wir müssen einen weg finden um auf die andere seite zu denken sie springen darüber also falsch gedacht für dich besser geht so weit ich versuche auf den holzbalken zu klettern noch etwas hilfe mit solchen da hochwerfen oder was die wert mit dem fass aber das ist viel zu schwer was lass mich mal machen so geht es auch wer ist jetzt so fett hast du mir schon wieder mal hier so Oh! ich komme eigentlich die biergläser ständig das war meiner da ist ja der saloon jambow jambobana endlich gibt es was zum fressen hallochen dürfte ich sie was fragen klar fremder was kann ich für sie tun nun naja also nicht nicht also um ehrlich zu sein dazu weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau sie sind lustig ich mag sie so arbeitet so ein schönes mädchen an so einem ort wie diesem dieses städtchen kann ich ja nicht sehr sicher zu sein wo steckt eigentlich der sheriff kümmert er sich nicht um recht und ob man ich darf darüber nicht auf rand stellen verschwindet sonst was ja die stelle nicht schon wieder geht das schon wieder los das sind die beiden auf die der stelle von kopfgeld ausgelöst hat ich meine damit in seiner hat du musst du unbedingt wieder ärger machen aber ich habe doch gar nichts gemacht los greifen wir die uns bet man eine frau in rot Ich will dauernd auf weh drücken hier. Ich habe keine Munition mehr, ich habe alles verschossen. Jetzt weiß ich. Achso, ich bin Spieler 1. Ja. Was war jetzt? Mein Name ist Nobody. Nein, sein Name ist Dummschwätzer. Wie kann ich Ihnen danken? Lass uns zusammen in den Sonnenuntergang greifen. Komische Ausdrucksweise für Poppen. Achso, ja, meine Gnädigste, wir würden gerne dieser Stadt helfen. Wir sind nämlich auf einer geheimen Mission und auf der Suche nach einer gestohlenen Waffe. Hoppla, leider darf ich nicht sagen, für wen wir arbeiten und weshalb wir hier sind. Aber natürlich können sie uns vertrauen. Wir befinden uns nämlich auf geheimen Mission im Auftrag der Regierung. Ich drehe ihn gleich den Hals um. Diese Banditen haben dem Sheriff eine große Kiste geliefert und seitdem führen sie sich hier auf wie Graf Rotz. Graf Rotz, okay. Keine Sorge, zuerst helfe ich euch und danach heiraten wir. Mensch, laber nicht, wir müssen jetzt los, die Arbeit wartet. Bis bald, mein Engel. Ich habe gerade erst Esel gelesen. Bis bald, mein Esel. Komm zu mir zurück, mein Herd. Ey, was ist denn hier los? Ihr zwei von mir. Ja. Ich habe gerade erst Kauffloh. Ich habe хbleiben. Ja. Ich habe gerade erst gesagt. Das ist ein Ball gibt. Wir werden personne noch, was zuerst in. Ich habe gerade erst gesagt. Ich habe Track-2. Leider. Ich habe eigentlich erstens trouveфts und wir sind. Die Zeit. Ich habe einen Aufmerd. Ich dachte echt, ich würde diese Kiste da oben aufbekommen. Der Moment, wenn ein Stuhl im Spiel ist. Wo willst du bitte hin? Gibt es jetzt Fresschen? Ach, noch mehr von den Deutens. Mein Gott. Sie waren alle bestimmt in einem kleinen Bus. Du, hast du meinen kleinen Bruder mir? Die Typen verprügelt. Meradrogo, Mensch. Dein Bruder, der hat dir wohl immer das Essen vom Teller geklaut. Du magst es so, mit mir zu reden? Ja. Offensichtlich. Sag mal, sehen die zwei für dich aus wie Brüder? Keine Ahnung, aber ich haue mir erst mal eins auf die Schnauze, dann schauen wir weiter. Gefällt mir. Die beiden brauchen unsere Bescheidung. Spezialwandel. Ja, danke. Ich da, ich da. Die Mariachie-Band. Bat, ihr habt ihr deine Grünen, ihr habt, was der counterparty Lobz? Ja, das kann so haben. Bist du mal fertig? Ja, boah, da kommen wir. Schön, Ping-Pong. Dann packen wir das. Dann packen wir das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal der scheißzug der haut wieder ab wenn wir genau und wollte gerade sorgen also konzentrieren so hey drücken 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 Alter, das ist ja echt nach einem Schlag umgekippt. Sind weiche, Alter. Du, ich habe keine Ahnung wie alt das Spiel ist. Ein paar Jahre. Aber es hat natürlich absichtlich diese Retro-Grafik. Irgendwie vorletztes Jahr oder so. Also nicht alles. Für ihn kam die Warnung reichlich spät, ne? 2017? Ah, ok. Oh, 3 Jahre kommt hin. Boah. Eines der schönen Projekte, die dabei rauskommen über Kickstarter. Der hat sich was. Wie ist die Fahrt zurückgehalten? Die sind die Fahrt weg. Okay, Entschuldigung. Dosis. Oh,ダj. Wir gehen uns bei einem Schraub. Ey, Junios! Oh. Das ist doch schön. Der hat sich nicht in diese Zeit sein, das ist absicht so mit dem namen des gesetzes das ist so retro aussieht also ja ja Oh, Dunamis. nahm tv schon wieder aufpassen aber diesmal oh nubel nubel Oh. Tödliche technische Backpfeife. Guck mal, der Speisewagen, wenn es hier nichts zu futtern gibt. Guck mal, der Speisewagen. Guck mal, der Speisewagen. wir werden sie ein für alle mal stoppen oh ja, dann stoppen wir uns hier oh ja, dann stoppen wir uns hier oh nein, du nennst oh nein, du nennst oh oh Oh. Ah. Ah! Ah. Es fehlt ihm schlecht. Und Schnitt. Sehr tolles Ende. Wir sind fertig. Nein. Das war ein Film. Cleffere Übergang, um zu einem anderen Szenario zu wechseln. Für euren ersten Film wart ihr richtig gut. Ja, was ist mit der Bezahlung? Wo sind die Kohlen? Ja, natürlich. Ihr habt das Geld verdient. Meine Assistentin Sophia erwartet euch mit den Schecks im Büro. Ah, die schöne Miss Sophia. Worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Kurze Päuschen für mich. Bring beim Bier mit. Du musst aber gucken, welche kalt sind. Null Probleme. Ja, ein paar euch kaoten da draußen. Alles klar. Seid ihr alle gesund soweit? Ich hoffe doch. Modul. Äh, ja. Guten Nacht, Davy. Ich weiß nicht, Schnute? Schrunte? Was ist denn eine Schrunte? Kann man das essen oder muss das operiert werden? Mach da Schnute! Ausgefeilt und eingecremt. Äh. Naja, macht nichts. Fällt von selber ab, Digga. Hehehe Ho 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 Oh ho 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 Hm. Fußhornhaut. Eindriff. Ach so, das hatte ich öfters schon. Ich wusste gar nicht, dass es da für einen Namen gibt. Ja. Kokosnussöl habe ich dann immer drauf getan. Ist klasse für sowas. Also hier diese, es gibt diese. kokospaste die gibt es im drogeriemarkt gibt es aber auch bei den lebensmitteln und so weiter einfach nur normale kokosnusspaste das ist richtig geil das zeug für sowas ich bin mir sicher es riecht nicht so gut wie kokosnusspaste kokosnusspaste ist echt geil der burner ich sehe ja schon wieder schon was neues nachgefüllt oder so schlecht ein paar sind ja drin ich glaube damit kommen wir auch schon aus einmal schnell nachtanken alles klar weiter geht's muss ein bisschen dieser film wird ein erfolg werden ja also ich habe diesen erfolg was sonst außerdem hört sich schlecht und ging es meiner meinung nach wie ein titel aus einem video spiel hast du das gehört ich freue mich auf hier ist beschäftigt kommen morgen noch mal vorbei was hast du das auch gehört vielleicht ist die in gefahr man macht schon platz wir müssen da rein wir werden sogar sehr ungemütlich alles gleich jungen zwei wollen uns auf die harten tour tötet mich nicht großer schwarzer mann auf die harten Stopp die zwei! Sie entführen unsere Kohlen! Au! Ich sag, was hier los ist. Die Typen haben gerade unser Geld entführt. Du drückst so schnell. Und meine Freundin! Meine Freundin? Sie hat noch nicht mal mit dir gesprochen. Worte sind nicht so wichtig. Nach dem Casting hat sie mir in die Augen geschaut und mich angelächelt. Dich lächelt auch jeder an, wenn er dich sieht. Wir müssen den Regisseur finden und ihm erzählen, was passiert ist. La 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 la. Wo hat sich der Regisseur versteckt? Er ist nach rechts gelaufen. Nein, er ist nach links. Nein, doch rechts im Büro. Nein, er ist. Was seid ihr denn für Idioten? Wir sind auf die Beine eigentlich noch frei rum. Er greift sie. Und im mittelmäßigen Regisseur kümmern wir uns später. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt er für einiger? Was ist denn jetzt er für einiger? Immer wieder ein Genuss von den Befallenschlag. Was ist denn jetzt? Komm, boh! ja du hast uns einiges zu erklären sie haben so viel entführt und die hälfte der leute am set waren wir in komplizen und unsere kohlen die haben sie auch entführt gestohlen gestohlen ist der richtige ausdruck dafür meine kohlen haben auch gefühle für mich ist eine führung punkt kann ich also gehen nein okay ich werde euch alles sagen was ich weiß der film die crew und das ganze set wurden von einem gewissen tango finanziert tango im gegenzug für das geld stütte er zwei bedingungen er wollte das mädchen und die ganze crew für den film haben er wollte auch zwei schauspieler für die hauptrolle auswählen aber die sind nie erschienen also haben wir euch genommen der tango gibt er erst zaste und dann entführt er es wieder offenbar scheint er mehr an dem mädchen interessiert zu sein als an dem geld der einzige der ständig von mädchen rede bist du wir müssen also diesen tango finden haben sie eine ahnung wo der geld steckt heute findet ein autorennen statt herr tango wird den ersten preis persönlich den gewinnern überreichen nun worauf hatten wir lass uns dieses rennen gewinnen aber wir haben noch keine autos um ein rennen zu fahren noch nicht warum habe ich da wieder so ein monisches gefühl bärchen und würstchen wie schön ich wusste jetzt roter strand bei die sehr guten strand bei oh ja meiner meiner dann gibt es doch gleich bestimmten wird essen oder lass mich das machen ich würde keinen zockern hallöchen als nur rennfahrer können eintreten wir sind rennfahrer dann kommt die nächste stunde mit ihren euren autos hier zurück klar machen wir vielleicht können wir in der zwischenseite strecke mal testen dann verliere ich meine geduld kommt zurück mit euren rennautos verschwindet jetzt hast du toll gemacht okay das liegt jetzt nicht so wie es mir vorgestellt hat wirklich mal da steht doch ein auto wo nehmen wir nicht doch da was ist los ihr bruch piloten wollte ohne autos am rennen teilnehmen und wer seid ihr ja wir sind rechte hier ein feier ausgewählt von tango gewinner jetzt sind ja immer ich selbst denken kommt wieder kommt wieder ihr verlierer wenn ihr gelernt habt zu fahren denkst du was ich denke ihr dürft ihr nicht eintreten ich denke doch wir waren doch ganz nett die haben sogar ihre autos geliehen ja wir müssen nur freundlich fragen perfekt wir sind bereit für das rennen ich nehme den roten wollen wir die karten entscheiden lassen und scheiß doch bestimmt wieder nein ach soll das heißen dass ich ein fallspieler bin genau das wollte ich sagen ich habe eine idee wir lassen bier und bürstchen entscheiden wird essen sehr schön und fang jetzt los ich würde sagen jetzt apropos hier die taste zur richtigen zeitung zu essen trinken wir um die geschwindigkeit zu verringern welche feste ach so muss man unten findet was ist muss unten drin sein oder was ich wollte wieder mal eine punkte der war noch drinnen die hier Ah Oh, oh, oh. Boah, so langsam wird's, aaaaaaahhh, boah, wollte ich auch grad sagen. Boah, Mama, das ist zu schnell. Du musst ein Bier trinken. Ummm. Isn't das gut? Hey Keule, ich bekomme ein Vanilleeis mit viel Sahne. Und für die ersten drei muss ich das Podium zu stellen. Und für die ersten drei muss ich das Podium zu stellen. Oh, es ist aber eine komische Sicht. Hey, er ruft mich zu raten, Mann. Sorry. Okay, letzter bin ich schon mal. Da kann ich drauf aufbauen. Nein! Nein! King Louis ist der zweite. Und Terence übernimmt die Führer. Okay, das war eine Brücke, da muss man nicht ausweichen, da kann man runter her. Okay. 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 Okay, das war ein paar Leute, wenn ich nicht aufblitzen kann. Nein, nicht ins Stroh. Ich würde mich dafür entschuldigen, aber hier passiert nichts mit Absicht. Sein. Sehr knapp. Ein gutes Pferd springt nie höher als es muss. Einen Applaus für Herrn Tango, der... und so weiter. Chef, Chef, das sind die zwei in uns reingelegt haben. Habst du doch gesagt, dass sie es nicht kapiert haben. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir wollen das Mädchen zurück. Äh, Chef, das sind die Typen vom Chef. Haltet sie auf! Wie es aussieht, möchten wir uns nicht vorbeilassen. Glaubst du? Tief, ich meine Schwerungen. Nein. Nein. Das ist schon so. Das ist nicht so für mich, noch in meinem Geist. Wunderbar bei dir ein �ig. Warum? Es wäre schon so für die Schwerungen. Ja, ja, ja. Nee, das ist der fette Clown. Ich hasse Clowns. Entschuldigen Sie, Herr... Meiner Janssen, äh, Knacks. Ich freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Knacks. Haben Sie gesehen, wo Tango hingegangen ist? Klar, er ist gleich hier ein. Hi, hi, ich hab Sie hier eingelegt. Doch, Janssen, in Ihem Falle, lass mich hier kommen, ey! Boah! Das war klar, dass wir das nicht überstanden haben. Boah, Alter, jetzt kommen wir aber mit großem Ausgebot hier ab. Entschuldige Schiff! Boah! Boah! Uuuh! Boah! ich brauch doch gar nicht hier sondern so ein kubel wie er wäre nicht schlecht stört ein mann bei wenn er sein bier trinkt das macht man nicht das bringt unglück für den lieben werden aber sowas von ich glaube wir sollten die ins bild laufen lassen ja ein bisschen verdammt die katze ist in gefahr wir müssen einen weg finden das garussell zu stoppen die moschee ist klar nein mal mami vielen dank der kleine kreide vielen dank meine herren ich kratze mir am sack digger ein echtes vorbild das macht sie jetzt auch ständig trinkt ja mal ein bier hör mal zu knack ich sage euch nicht sagen und ich habe deswegen könnt ihr jetzt nicht ein halber ich kann den volk kreis der rumpf auch nicht so viel in der bierne herr knacks sind sie verletzt und wir sehen uns doch mal und dann ging ja da war ich egal was haben wir denn da eintrittskarten für die geisterbahn was geisterbahn warum versteckt sich jemand in der geisterbahn ich sehe schon du machst dir vorangst in die hose und was sicher und angst lass uns reingehen ich glaube er ist wieder der weggerand den stürmer kunstig das ist genau das was ich denke ich will noch eine hause aber stellen sich jetzt welche dahin sehr rücksichtvoll was für eine freude sie wieder zu sehen mein lieber herr knacks das war ich dir jetzt ja ich fahre ich meine männer sind die perfekten schrägermachin ich will schon mal versuch dein auto im gipsklaset zu fahren ich will ich will ich will ich will so ein auto ich will so weit fertig ich will so weit fertig ich will so wieder an knacks entschuldigen sie herr ich setze auf das wollt ihr von meinem chef er hat keine zeit sich mit euch zu unterhalten der chef ist so nett und er riecht so gut alter was macht er er macht uns fertig dann was müssen wir uns einfallen lassen nicht irgendwas was wir benutzen könnten ja da macht uns nach strich und fahren fertig wir müssen uns irgendwas einfallen lassen das hat mich gleich das hat mich gleich war die ist im arsch kannst du mich jetzt sehen ich kann nicht ziemlich gut sehen ich denke es was war das jetzt so schnell ja ich wollte dann weiter und da habe ich auch gemacht hey schau mal aber nicht ich habe meine geld hinterher der hauptrat für die gewinner war ja eine ganz schöne summe was also ist tango schon wieder mit meinem geld abgehauen dem haue ich jetzt eine der in die gewürzgurke wollte ich mich sowieso den gesichtserke eindrücken ja aber jetzt bin ich sauer wie ein gerichter herring leute habt ihr gehört diese beiden jagen den chef die nehmen wir uns jetzt jetzt bin ich mal langsam ja kann man nicht mal keinen zuschauer antun hier dein ewiges gewürzeln ja aber wie fand den burger war lecker ja crispy chicken self-made hatte leider nur noch ein bisschen zu viel vom mittagessen drin so dass ich nicht den zweiten geschafft habe ich wollte gerade sagen vielleicht später von allen polizeibullen halt hier läuft niemand durch sagt wer wir haben gerade diese kreuzungen hey schau mal das gerüst denkst du dasselbe wie ich wenn du vor hast da rauf zu klettern dann wahrscheinlich nicht warte ab ich habe hier eine idee auf was wartest du dicker steig auf die hebelbühne ich bin noch kein funkelmann ich bin noch kein funkelmann ich bin noch kein funkelmann die schon wieder die schon wieder Okay. Lass nichts mitnehmen auf den nächsten Bildschirm. Der Pick-Up sieht aus wie der, mit dem das Mädchen entführt wurde. Was ist der Pick-Up, mit dem das Mädchen entführt wurde? Vielleicht verstecken die sich da drin. Lass uns reingehen und nachsehen. Im Supermarkt hier unten. Die Supermarkt-Schlägerei, meine Freunde. Entschuldigung. Du brauchst gar nicht so nett zu sein. Der Pick-Up hat unser Geld entführt. Und ein Mädchen. Und ein Mädchen. Hast du gesehen, wer gefahren ist? Wo sind jeden? Oh je, ich hätte dich wohl gleich richtig ernst zu werden. Moment, ich hole den Geschäftsführer. Was hast du doch jetzt nicht so gesagt, weil der asiatisch aussieht, oder? Das ist so. Also, hey, hey. Endlich mal wieder ein gutes, altes Klischee. Nicht diese verweichlichte Genderscheiße hier. Echte Männer mit Plüschlappen aufgesperrt, die der Supermarkt ist. Und du hast weggedrückt. Warum haben diese beiden keine Angst? Entschuldigung. Er ist taub und ich bin ein Krüppel. Ich kann nicht wegrennen. Ja wirklich? Nur mal reden, ob der Traube mich versteht. Zum Teufel, warum reagiert er nicht? Lass ihn doch in Ruhe. Er ist außerdem noch dumm obendrein. Wen nimmst du dumm? Er greift nie! War das nicht der Marktmitarbeiter hier? Ja, und wer im WMW steht, wird für Kuholz. Brenn's einfach. Holz, Holz. Ich brenne voll dein Holz. Hier. Danke. Und gut. Oh! Böse, ich hab's da nicht böse. Du musst mit Obst werfen, ich mach das nicht. Guck mal, der hat eine Maske auf oder wie? Und wohl zerstoßt. Nun macht schon, lass sie nicht näher kommen. Guck mal, der hat eine Maske auf oder wie? Ja, nein, mal, das wäre wirklich praktisch, wenn jeder Vollpfosten auf der Straße dann auch ein Bier als Entschädigung verlieren würde. Oh mein Gott. Ich will ein bisschen getrunken. Möhrchen. Möhrchen. Ich hatte ein Möhrchen. Gebt uns über Geld, das Mädchen. Schafft sie mir aus den Augen. kämpft kleine mädchen der typ ist echt hart da hole ich euch Boah! das kann gelten haben ja hat ja nur noch vier million dollar jetzt ist er pleite jetzt macht sie fertig ich habe gesagt macht sie fertig unser geld das geld ist mir vor Ort ausgegangen ich habe überall Schmerzen, du rufst einen krankenwagen, du kannst mich nicht mehr bewegen, mein Bein mein Bein ich kenne dich hmmm lass mich rein die zwei sind Monster egal was ihr mit mir macht, ich werde nichts erzählen bitte tut mir nicht weh, ich erzähle alles was ich weiß ich habe einen Haufen Geld bekommen um die Entführung des Mädchens zu arrangieren mehr weiß ich nicht, ich schwöre es wo wird sie hingebracht ich weiß nicht, wohin sie wollen, bitte tut mir nicht weh wir müssen ihnen folgen bevor wir ihre Spur für immer verlieren danke für das Auto Tango, betrachten sie es als Anzahlung welches Auto na sicher gute Nacht spring rüber ich fahre ich will sehen wie die Kacke abgeht denk nicht mal dran ich fahre ab auf die Autobahn jetzt hörst du ja doch sieht so aus sieht so aus drück auf die Tubekeule ja ups hm was sind denn diese Dinger durch Sackern ja keine Ahnung probier's einfach mal au du solltest schon für richtig fahren ich kann nur die Dinger bedienen ich wollte ihm ausweichen der macht von alleine Platz boah so ne Hupe will ich auch ja man was kann die hier warte mal der ist erstmal frei oh das ist der Togo Bus oh so ja der war in der Situation natürlich obwohl ihr zwei es umschaut der fuhr sei nicht weg du hast dich vorangst reingeschissen er hat reingeschissen nochmal der Bus ok ok jetzt jetzt gleich haben wir einen da sind sie wir haben sie gefunden bleib direkt hinter dem LKW lass sie nicht aus der Sicht kommen auf den Bus auf den Bus aus dem Weg 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 das ist echt nur die ganze Zeit hinter dem Bleiben oder was Der Sicherheitsabstand. Der Typ hat sie nicht mehr alle, der will mich ja zuvor fangen schneiden. Was ist das denn jetzt da für eine Wichse? Ich glaube wir müssen einfach nur durch dieses Level durchfahren und das irgendwie überleben. Jetzt würde ich schon vom Gas gehen, um den nicht hinüber aufzufahren. Dann ram den doch mal. Ja, hab ich schon. So, ein, zwei, drei Mal. So, weil unser Auto Hörner hat, heißt das nicht, dass wir andere rammen dürfen. Nicht? Der hat einen Sack auf. Häuschen. Nach der ganzen Action. Nichts. Wir haben sie verloren. Lass uns gehen. So, kurze Pause meine Freunde, wir sind gleich wieder für euch am Stützele. Stützele. Was kommst du? Auf die Uhr. Was ist mit der Uhr? Wenn ich zum Spitz losgehe, kriege ich eine Wundelgünste, wenn du doofen. Jetzt ist es auch fluchen. Jetzt ist es offen. Ja, hier gibt es auch genug zusammen. Jetzt ist es offen. Ach ja. Nein, ich bin ja schon. Ach ja. Nein, ich bin ja schon. Nein, ich bin ja schon. Nein, ich bin ja schon. Hahahaha Ich bin Sayu Umm Ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da muss ich noch abschleifen. Das dumme ist, du kannst in jedem Baumarkt hier Türen abschleifen lassen. Für 2 Euro, aber keine mit Glas, da gehen wir nicht dran, das machen wir nicht. Ja. So, sie sitzen in der Falle, sie werden uns nicht entkommen. Und was ist mit dem Tor? Ah, okay, warte, wieder runter. Okay, wie kann ich den Wagen jetzt hoch oder runter bewegen? Ja, das geht gar nicht. Muss ich damit hier wohl an so? Das sieht so aus. Kommst du jetzt drauf? So war es gedacht. Ah, okay. Ah, okay. Männer. Allöchen. Ah, es ist klar, was jetzt passiert. Ja. 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 Dann, auf was warten wir? Lass uns rein gehen. Ich weiß noch nicht, warum ich immer noch auf dich höre. Dann, auf was. ich glaube ein Stück muss das noch geschoben werden ich kann es aber nicht mehr schämen wahrscheinlich weil du draufstehst ja das ist gut ja 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 Komm ich jetzt hier runter? Alter, ich komm mal nochmal. Was ist da nicht drauf? Ja, da tut mir nix. Und dann links runter, dann kannst du ihn vielleicht noch hirn bewegen oder so. Noch ein Stückchen weiter nach rechts und dann hoch oder irgendwo? Weiter hoch geht's nicht. So. Den hab ich dir auf den Tisch gelegt, da drüben. Ach, danke. Na warte mal, hier ist auch noch was. Ach so was. Mehr. Aber so müsste er eigentlich... Kommst du da links wieder runter? Ja. Warum... Vielleicht wenn man es sich schwer machen kann. Ein bisschen mehr hinter den Rätseln erwartet, als eigentlich dahinter steckt. Ja. 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 umsetzen ich wieder oben jetzt gehen ja alle 3 zu jetzt auch da ändert sich ja gar nichts dran hmm 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 Hast du das Erlösch gehört? Nein. Und jetzt? Du, wir jetzt aufheben möchten uns diese Herren nicht vorbeilassen. Glaubst du? Autsch. 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 Hmm. Ein Sumo-Ringer. 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 natürlich wieder zustimmen es geht ja um das leben eines vaters ich kümmere mich also was ist der plan der plan hat sich geändert der fahrt hat das mädchen ist sehr reich und sie hat uns viel geld angeboten um beide zu retten entschuldigen uns schon sehr viel geld sie hat gesagt dass sie uns mindestens doppelte geben werden alter der doppelte so sagt dass das gleich ja dann lasst uns den alten retten was uns kegeln gehen der strand also ich bin das ja wieso bist du heute so freundlich akzeptierst du endlich meine liebe ich freue mich meinen vater zu sehen du bist du bleibst dann wohl wie kannst du dich machen weißt du nicht der frau mit mr k2 gerne zusammen sein wollen warum wirst nicht einfach du seine verlobte wir haben keine zeit ich bin so fettig laut ich bin so fettig laut ich bin so fettig unteranimiert jetzt los ja ich kegel ich schlage nicht ich habe noch keine punkte gemacht ja ich bin so fettig politisch ich bin so fettig dabei soll Control der könntet ihr etwas die jetzt los bean se Untertitelung. BR 2018 Kegeln ist ein gewaltfreies, nettes Hobby. 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 Willkommen! Da gibt es genug Bier. Da gibt es genug Bier. Schiegel am Strand, genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Piraten? Du reichst jetzt? Banana! Banana! Banana Joe! So macht man das. Da geht's! Oh, man stört doch einen nicht beim Trinken. Da geht's! 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 Oh nein! Die armen Banane! Da geht's! Huih, war das anstrengend! Oh! Mania Turtles. Mania Piraten. Mania Turtles. Mania Turtles. Mania Turtles. Mania Turtles. Mania Turtles. pass auf der pelle wird von oben auch noch kukosnüsse runter und kannst hier die stangen oder auch nicht das war doch die bäume mit backpfeifen umhauen ja ne ist klar danke dass ihr unser dorf gerettet hübsche frau die besuchen ist im labor wo ist das aber und nun bringt ihr mit wagen und zeigt ein labor wagen nein wagen ja wagen ist gut für den innerstädtischen verkehr was brauchen wir den sie steigen wir ein durch das worum steigt auf wagen geheime erinnern sein sehr lange leiter ja wagen also dann steigen wir in den wagen wagen was denn schon wieder weggedrückt diese leitern sind endlos lang wir müssen ja nicht wissen dass wir hier sind stumm wie ein fisch ich stehe jetzt hör auf hast du das gehört entspann dich sei nicht so ängstlich hübsche u u u u u u ich fass nicht wir haben nicht so niemand sehen wir teilen uns auf und die katze vom pferd wie immer zurück auf unsere posten also gut versuchen wir es noch mal diesmal etwas vorsichtiger vorsichter von zettel Das war ein Sprung zu weit. Ah, ok, nicht spenden. Oh! Nein! Oh! Mann und die Galle. Ach, Gott sei Dank mein Seifpunkt. Das ist einfach ein zu fetter Arsch. Oh, das geht doch gar nicht. Ich versuche es zuerst. Hä? Aber der hat mich doch noch gar nicht. Ach ja. Und nochmal. Und jetzt. Nein. Damn, Sonke! Wieso erwischt er mich? Das ist doch nicht möglich. Das ist doch unnötig. Ja, nechtern. Der war doch ganz oben. Ja, und während du das versuchst, da durchzukommen, gehe ich mal an deine Tiefen. Arsch. Nein, ich vertraue dir. Jetzt waren doch nun wirklich schon alle oben. Ich kann nicht springen hier. Welcher hat mich denn jetzt erwischt? Das gibt's doch gar nicht. So. Ne, die Mission kannst du nicht überspringen. Du kannst nur diese Zwischensequenz, die danach immer kommt, überspringen. So, ich geh mal ein Bier holen. Boah, ist was heiß hier drin. Und lüften muss ich mal. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dürfte gar nicht mal so schwer sein, theoretisch. Ok, da wäre unser Fenster gewesen. Jawoll, ha. Oh, toll. Nein! Du, ey, wie hast denn das jetzt erschietet hier? Wo macht der denn das, was er gerade gemacht hat? Jetzt. Zweimal in eine Richtung, probiert. Ich weiß nicht, ob der dick gespurten kann. Heiliger Scheiß. Wieso hat er mich erwischt? Er war doch fast ganz oben. Darf der, muss der ganz oben sein oder was? Ja, ich glaube nicht. Oh, jetzt. Hä? Aber ich war doch gar nicht auf diesem Bodenfeld. Und weil's so schön war. Und weil's so schön war. Ja, das Spiel braucht eine Arschlochstelle. Ja, das Spiel braucht eine Arschlochstelle. Ja, das Spiel braucht eine Arschlochstelle. Oh, nein. Alter, so schaffe ich das nicht mehr mit dem Level von der Zeit. Na gut, ein Versuch noch. Bevor du los musst. Na gut, ein Versuch noch. Okay. Party hot to Lukas. Guckt er sich nicht immer um? Nein, noch nicht. Okay. Bleib in Deckung. Boah. Tja. Ah, du hast den Klassgerät. Boah. Aus zwei, Kinder. Ja. Das war's. Ach. Ach. Ach, das war's. Du kommst jetzt hin. Da sind die zwei verdächten Typen im Aufzug! Alter, wie viel kommen denn da raus? Los! Na bitte! Ja, zu spät. Bescheid los! Ich mache alles kaputt! Ich schüttel! Komm stärker! Jetzt mal in meiner Faust fliechen! Welche Fäustchen hättest du denn gerne in die Fräse? In der Original-Masochema! Meine Güte, was ist das alles? Du hast mich gestört! Einmal ein Mittagessen oder wäre ich auch so? Boah! Ich brauche etwas schweres, um es durchzubringen. Hm, ich habe vielleicht eine Idee. Die beiden sind wirklich stark? Nein, der Aufzug ist blockiert. Es ist für die unmöglich, hier hinzukommen. Alles ist möglich! Timmy, lass uns ein Auge darauf haben! Ich hab noch 5 Minuten, aber das ist ein ganzes Bier. Nimmst du das Lipp? Keine Sorgen, Jacks. Wir sind der Sicherheit. Beruhige dich. Lebe dein Leben. Sei glücklich. Geh nach Hause und arme deine Tochter. Du, wie vergib mir, hast du mich mit 2 Jahren? Ich hab mir blinken lassen. Du sagst ja selber. Alles ist möglich. Du hast ja recht, Timmy. Ich hab beschlossen morgen... Hey, das ist Sophia. Sie ist eingeschlossen... in einer Rakete? Und der alte Mann muss der mit den Kohlen sein. Doch, ich vernehre meine Geduld. Aktivieren den Virus! Sie sind verrückt! Dieser Virus könnte alle landwirtschaftlichen Produkte der Welt zerstören! Mit Ausnahme unserer Bohnen! Das ist genau mein Plan! Warte, dass die ganze Menschheit nur noch Bohnen frisst, da haben wir aber ein Treibhausproblem. Das ist alles nur für uns Geld! Geld? Die ganze Welt macht Witze über mich und meine Brunnen! Jetzt zeige ich es allen zurück! Oh, krass, du Durchfallte! Ihre Bohnen sind aber auch wirklich eklig! Sei still! Doch scheint Experimente zu machen, um Pflanzen widerstandsfähiger zu machen. Und er hat es geschafft, eine Bohnenpflanze anzubauen, die gegen alles Resistente ist. Aber leider... Schmecken die Bohnenscheiße. Genau! Und weil K2 diese dann auf den Markt gebracht hat, wurde er so Witzfigur. Mit Bohnen macht man auch keine Witze. Verdammt, Mann! Ich verliere langsam meine Geduld! Ich werde keinen Klinger machen, um die Bödel in Bohnen zu recken! Vielleicht habe ich mir falsch aufgedrückt! Du wirst es nicht für die Bohnen tun und wirst es für deine Tochter tun! Warten wir jetzt nicht, um deine Tochter anzufassen! Genug! Gib mir die kurz, um das Virus zu aktivieren! Jetzt! Und so, meine Freunde, ist Corona entstanden! Ohne seine Tochter wird ein böses Ende nehmen! Die Tochter wird ein böses Ende nehmen? Oh, ey! So interessant! Sie sind ein Monster! Papa, hör mal nicht auf ihn! Die werden meine Tochter nicht anfassen! Ich werde sie aufhalten! Vater, tun sie ihm nichts! Wir müssen etwas unternehmen, bevor das sie ein böses Ende nimmt! Herr Meergott! Sie sind ja nicht auf ihn! Sie sind ja nicht auf ihn! Sie sind ja nicht in den Falloutlich! Weren donating zu halten! Ja, ich werde sie auf dem Launch! Ich glaube aber das Level schaffen wir nicht mehr, oder? Nein, das wird eng. Guck mal, kann ich denn... Kann ich mich denn da ausklinken? Dann kannst du das wenigstens noch zu Ende bringen. Nein, das ist doch... Machen wir später weiter einfach. Oder so, wenn da zu einer Stelle gespeichert wird. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Ja gut. Ja gut, ich verabschiede mich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und mit was auch immer der Loh euch noch beglückt. Ja, ich werde schon was finden. Bis dann. Und wir machen kurze Pause, bis gleich.